Willkommen zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. In wenigen Augenblicken gibt es die Meldung des Tages, was so alles passiert ist. Aber wir haben zuvor auch noch diese Meldung, denn der Landkreis Oder-Spree und gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern und Potsdam-Mittelmarkt hat man jetzt eine ganz interessante Idee für den Personennahverkehr. Wir wissen ja, dass es große Probleme gibt, den richtigen Bus zur richtigen Zeit zu erwischen. Also der Nahverkehr ist nicht das optimalste, was derzeit auch im Landkreis Oder-Spree unterwegs ist. Aber das soll sich eventuell ändern, denn man will Fördergelder haben und zwar für ein Ziel und zwar autonomes Fahren hier in der Region im Landkreis Oder-Spree. Da will man Lücken schließen, da will man Ergänzungen haben. Also selbstfahrende öffentliche Verkehrsmittel soll es zukünftig geben. Das will man erproben und dann auch in den Regelbetriebe übergehen lassen, sodass also im ländlichen Raum auch eine gewisse Mobilitätssteigerung dann vorhanden ist. Schauen wir mal, wie das eventuell aussehen kann in den kommenden Jahren. Zumindest gibt es hoffentlich im öffentlichen Personennahverkehr dann Verbesserungen. So weit erst einmal dieser Hinweis. Dann haben wir noch natürlich im Programm unser Kinomagazin KinoNusTV. Da gibt es die neuesten Produktionen auf den Leinwänden in dieser Region. Und wir machen jetzt weiter mit der Meldung des Tages. Und zwar schon mal ein Jahres.